Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Adventure mit Wunsch-Pay-Rotter! Nee! Ziel-Rucker-Rat! Was? Ziel-Kacko! Ja! Ach man, was passiert! Ja, ich sag mal so... Ähm... Ich muss dazu sagen, ich hab meinen Minecraft auch aufnäher setzen müssen, aber aus dem Grund, weil ich jetzt endlich wieder Windows 7 habe... Ein Zurückschritt in die... Ein Zurückschritt in einen Fortschritt! Es ist besser als Windows 8! Oh, sorry, ja... Hey, wake up! Oh Gott! Ja, aber 8 ist... Einer meinte ja die ganze Zeit, die A8 ist genauso wie 7! Ja, ich sag mal so, von Grundaufbau her schon, aber... Weißt du, warum ist alles anders? Meinst du, meinst du, meinst du, das war drauf? Nein! Nein, ich meinte eigentlich den Zwerg, also nicht den Zwerg, sondern den anderen Zwerg aus meiner Klasse! Den N-Zwerg? Hä? Den genommen mit N an! Ja! N oder M? N! N! Nicht M! N! 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 Ja, aber... Wir sind nur 2 bei ihm in der Klasse! Du konntest nur N oder M sagen! Ja! Kein Z! Ich hab überhaupt keinen Bock mehr auf die Challenge! Sie ist so kacke! Nee! Ey, ich bin jetzt bei meinem 4. Wenn ich... Also bei 3 habe ich aufgegeben, und wenn ich jetzt den aufgeben, ich gebe sie auf! Wollen wir sie alle aufgeben? Ah! Fickt euch! Ja! Ich gebe auf! Mann, ich hab das schon so lange nicht mehr in der Aufnahme geübt! Ich hab's immer nicht hinbekommen! Bei! Dann wollen wir mal Nacht machen! Was? Was ist denn bei dir schief? Wie schief? Nein! Ich pack den ersten Sprung schon mal nicht! Geh nicht immer! Du, feine, feine! Oh! 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 Die dritten hab ich auch! Und! Den hab ich nicht! Und den hab! Oh, Gott! hat alle Wurzdinger sind kacke irgendwie denn ich kann sie auch sorry halt ich hab grad nicht voll den Frame ein Buch warum das sind ja auch schon weniger jetzt geht's wieder Reuters was geht hier ich glaube ich bin gerade 30 Prozent machen ich glaube ich muss noch kurz ein paar Jahre aber nicht in der Ruckler die ich gerade hab aber jetzt geht er wieder zurück rechtlich bewegt nicht immer um 20 30 bereich ja ich soll nur bei mir das muss ich dann da muss ich noch mal die datei einfügen dann noch mal die vorherigen minuten das ist andauernd ja ok alter ich warte ja warte mal ich muss mir fällt mit er will doch Gott sei Dank ist nur ein zusammenhängendes Teil also es wäre es bei mir split every 4 gigabits und ich muss unbedingt noch so ein Infovideo machen dass ich wenn ich im Urlaub bin keine Videos hochlade und als ob das jemand liest ich meine ist nur okay das Video guckt genauso wenig ich bin mehr als Wolli er hat er hat auch er ich bin ja auch ja ist klar der Kerl ist auf der Arsch und guck dir den Sprung mal an die 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 der bei den letzten verkackten Sprung ich glaub's nicht dann springt er gegen diesen hässlichen ich krieg's aber nie auf die Reihe die ich weiß doch ich weiß der springt bei nicht mal mehr und manchmal auch nicht egal noch mal achten ich probiere das ist nicht perfekt wir werden schießen was auch noch laufen wenn du auf dem Platz nicht schießt da ficken und ich hielt nicht nach hinten Schuhen das ist umgebracht du Arschloch jetzt aber oh ach schiff los dann pack ich das oh fast du kannst es fast abkürzen fast ja fast nichts halbes und nichts ganzes oder was oh mein gott oh mein gott achten lass schiff los und Puh Puh ey Steffen das trifft mir falsch mit Bogen wegen dir alter Bogen warte ich muss mal nachgucken ob der richtige wir müssten mal so ein Todeszähler so in der Seite also Death Ticker reinsetzen das nennt sich Death Ticker tot lebt tot lebt 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 euch doch wir sind ein Gedönsgründer das ein Gedönsgründer das 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 Thema Klatsch Puh 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 warte mal ich hol mir mal wenigstens mal Diamant Teil damit ich überlebe wenn du mich abschießt Puh 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 Diamant Diamandos Diamandos und darf das nochmal so sagen Fick dich Nein doch ey du wirst ja nicht mach da hin zu wollen Fick dich ne ähm aber wollen wir dann eigentlich auch mal irgendwann so Art Season-Tile-like aufnehmen das kommt nach der Adventschein Puh nein wir sagen wir fangen parallel an da guck mal da liegen denn Boots Juhu Schuhe und ich hab einfach weiß was mies ist wenn man neben sich einen Teller mit Kuchen stehen hat und man hat Hunger und darf nicht essen und darf schon nicht essen weil wir in der Aufnahme sind und und also es gibt andere Gernäle essen die Leute auch ja wer antworten Vingtitte wie Vingtitte Was hast du grad gesagt? Was hast du grad gesagt? Hast du grad eine Windbeute gesagt? Nein was hast du grad eine Windbeute das hab ich euch gesagt? das hab ich euch gesagt das hab ich euch gesagt das hab ich euch gesagt der genauso heißt wie ich der heißt genauso wie ich der heißt genauso wie ich ich hab jetzt weiß ich weißt du weißt du also wir müssen jetzt haben wir für ich hab ich von LeRocca wer hat das Ding gesagt? ich meinte jesus also ich werde jetzt jesus immer eine Windbeute nennen weil ich jetzt immer daran denken muss er hat es gesagt gehabt ne Windbeutel ich hab das verstanden ich hab gar nichts schwingt weil er gelacht hat in dem Moment hab ich ne Windbeutel verstanden ich hab das Spiel schon mal durchgespielt aber ich das ist schon so ewig her ich weiß es nicht mehr aber ich fand also ich fände es eigentlich ein echt geiles Game leider habe ich nicht die Uncut Version sonst wäre der ganze Scheiß viel geiler ich weiß und zu der Zeit kann ich Fick dich Arschloch äh aber so der Zeit habe ich das ja nicht an also der Zeit kannte ich es nicht sage ich mal so hier ähm Le Windbeutel ich bin mal nice ja was wollte ich jetzt reden und sagen achso ich bin mal kurz was zu trinken holen kein Alkohol kein Alkohol kein Alkohol Wäre ich irgendwie auch so machen wenn ich erst 8 wäre Alkohol was? was? du Scheichelklopper au das haben wir getan du bist so dämlich so dann warte mal dann lass ich euch jetzt lass die Nippel dann lass ich mal die Zuschauer euch dazugucken und fick dich du Arschgesicht Nippel ähm ja da warte mal warte mal also auf ha 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 guck mal was da steht guck mal was da steht das heißt wir müssten theoretisch theoretisch wenn wir da hinten wären müssten wir die Betten jetzt wieder zurück hüpfen die Betten mitnehmen und wieder hin hüpfen das meinte ich das meinte ich ey Mika auf einmal sind da betten ja ja die sind auf einmal da so gewesen so so und ich bin jetzt mal ganz kurz mehr was zu trinken wollen verarscht jetzt kann ich mich da schwer so ey wie sind die da hinten so so Vielleicht haben wir so einen Zeitrafer machen, wie wir da ein Langlaufen. Ich habe ihn gesagt. Ich komme gerade in mein Zimmer rein. Was ist? Elektrosmog. Man kann es nicht, wenn dein Zimmer kommt, dass es voll nach Elektrosmog riecht. Wenn du dein PC die ganze Sache anhalst, ohne das Fenster aufzuhämmen, zu kippen, ja. Oh Gott, Alter, fickt euch, ich esse jetzt was. Kreisekuchen mit Kirschen, lass ich mir nicht entgehen. Das werde ich irgendwann mal machen. Hey, ich hab's mit kaputt gemacht. Danke, danke, danke. Juhu. Nein! In your face, bitch, und ich pack den Sprung nicht. Oh ne Scheiß, wenn das schon so anfängt, wie wird das denn bitteschön dann bis zum Ende auch sein? Oh, die überspringen, die überspringen mir. Ich hab auch nicht. Das hätt ich schon am liebsten am Anfang gemacht, aber gut. Wenn sie sch... Ohne Scheiß, du kriegst... Du kriegst wenigstens von... Du kriegst wenigstens von Leuten Nachrichten. Ich fühl mich so voll lubig. Ich freu mich über zwei Aufrufe. Ohne Scheiß, wenn ich mal wenigstens... Wenn ich mal wenigstens so eine Community hätte... Bei mir gucken sich... Das ist genau so viele wirklich Abonnenten, die ich hab. Und ich hab keinen Kanal. Ja, ohne Scheiß. Wenn ich mal... Wenn ich mal von diesen... 29 Leuten, die mich abonniert haben... Oh, mich hat einer abonniert. Ähm... Wenn sie von den 29 Leuten, die mich abonniert haben... Nur vielleicht mal die Hälfte mal in der Videos angucken würde. Was? Hoppala. Posteingang. Oh, ich hab sogar drei. Drei Kommentare. Wow. Oh. Oh. Nein. Kommentar zu einem Video. Ah! Ich nicht von dir. Ausnahmsweise nicht. Nein! Der einzigste, der mir Kommentare schreibt, ist echt... Ich find's immer so scheiße. Nein. Ich find's einfach nur scheiße, weil... Guck mal hier. Du schreibst als einzigste, immer die ganzen... Ja, sonst findest du denn gar keine Kommentare? Oh, ich muss mal Folge 3 hochladen. Nein, das ist nicht der zweite Teil, weil ich bei der... zweiten Folge, also na, beim... also bei dem dritten Part eigentlich gesagt hab, jetzt kommen wir zu Folge 2. Deswegen kann ich das bei den ersten zwei Folgen nicht machen, aber bei den... ich... Also, Entschuldigung für die Kurz-Aufnahme und Unterbrechung, ich hab grad irgendwas mit Ö geschrieben, deswegen... Fick dich schon, Mongo. Talk around. ich bin ich nicht in Städtchen das ist ja auch ein Nettfehler, das ist ein Nettfehler, ich glaube wir müssen einen Block hinsetzen Nubert kickert bei Hoss Helmut in Erde, das ist Nether-Rektor-Ausse Hey, weißt du, guckst du Danke Auf fiktig Die Frips eigentlich, wenn ich irgendwann zum Hintergrund öffne Eil 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 Irgend so komisch, okay, guck meine Videos Fickt euch doch mal, macht es doch mal eine Challenge wenigen Ich mach so Spreng und können zeigen So mir leid, jetzt will ich mir bei mir auch eine Aufnahmeunterbrechung Mein Glösch ist abgeschmiert Ja, die Videos guck eh keiner Was hab ich gesagt Hm Voll, die haben sich nur verklickt Was hab ich gesagt Ich hab's auch viele, ähm Ähm, auch viele Videos auf Euro-Trax-Malater, doch die Leute auf ein Video, 500 Aufrufe Was? Das ist ja die Hälfte von meinen ganz insgesamten Aufrufen Warte mal Ich guck grad mal nach, was mein höchster Aufruf ist Haha 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 Wie auf dein Euro-Trax-Ding, da auch auf dem Netto, oder? Doch ich hab, ey, ich hab 100 Aufrufe auf, ähm, klauen wie ein Auto von San Andreas Habe ich 100 Aufrufe drauf? Oh Gott, also 194 Ja, die hast du sogar unten mit einem Kommentar hinterlassen Also, äh, wir sind jetzt an der Stelle jetzt hier den Potts wenden Vielen Dank für das bis jetzige Zuschauen Ähm Gut, dann brechen wir das jetzt hier, sag ich mal ab Tut uns leid, aber 500 Jumps, du sagst, das hab ich selber schon mal im Single-Player angefangen Ich hatte einfach nach Nee Auf Wiedersehen und vielen Dank für das bis jetzige Zuschauen Ja 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 Bis dann, tschüss Ja 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 Ja